Jetzt schon ein Lob von uns an euch. Ihr seid einsame Spitze der 12. Mal in Frankfurt. Das, was wir gewohnt sind. Ich hoffe, ihr steht alle. Denn jetzt kommt der Moment, auf den wir seit fast einem Jahr warten. Hier sind unsere Jungs. Hier ist der World Bowl Champion. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren. Bitte willkommen, die Team der Frankfurt Galaxy. So sehen gewinnen aus, liebe Fußballfans. The boys are back in town. World Bowl Champion Frankfurt Galaxy. And we are very proud to present our Nationals. Wir sind sehr stolz darauf, dass sie bei uns sind. Bekanntes Gesicht. World Bowl Champion mit der Nummer 19. Wide Receiver Mark Zouma. Neues Gesicht bei der Frankfurt Galaxy. Seine Premiere NFL Europe League Rookie zum ersten Mal dabei. Mit der Nummer 20. Martin Latkar. Bekanntes Gesicht mit der Nummer 46. Linebacker Tüne Top 2. Neu bei der Galaxy. Unser Linebacker mit der Nummer 59. National Jose Ruiz. Ein Lauf Ein Lauf 2. Neu bei der Antwort. Ein Lauf ist auf die Vielen Dank. 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 Vielen Dank.